Fühlt sich gut an, aus dem Sturm raus zu sein. Hast du die Flares, Peck? Keine Sorgen, hab ich. Okay, Peck. Was jetzt? Wir müssen nach oben, um die Koordinaten zu bestätigen. Nein, nein, wer hat dich denn gefragt? Ich will es von jemandem hören, dem ich vertraue. Okay, Koordinaten bestätigen, Signalpistole abfeuern und verschwimmen. Schaffen wir. Wie lange arbeitet ihr schon zusammen? Irish und Wrecker schon ewig. Genau wie Dunn. Er war der Squad Leader. Ich bin seit etwa einem Jahr dabei. Was ist mit Dunn? Den hat das Meer geholt. Ich? Tut mir leid. Das wusste ich nicht. Waffenlager, Wrecker. Da? Da. Da. Stimmt. Wie sieht's aus? Boden, Klo und ein paar Schäts. Okay, schieße. Ich bin ein paar Schäts. Ich bin ein paar Schäts. Es geht los. Ich muss mal losgehen. Ich bin ein paar Schäts. Ich bin ein paar Schäts! Das ist es. Und er will sein! Woa! Wo kann man denn hier? Ich bin bereit, Sergeant! Was ist das? Was ist das denn? Wo kommen denn die Schüsse her? Ah, war da! Das ist die Schrotflinte, die Schrotflinte ist überhaupt nicht meins. Oh, hört doch mal auf euch rumzuspeckern hier! Meine Fresse! Ich herkomme, muss man sich vertrauen verdienen! Zack, rein, los! Upa! Uh! Uuuh! Die Schrotflinte, die Schrotflinte, die Schrotflinte! Die Schrotflinte! Hey, die Schrotflinte! Die Schrotflinte! Der Schrotflinte! Das war's für heute! Kein Problem. 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 Alter. Kein Problem. Kein Problem. Kein Problem. Kein Problem. Kein Problem. Kein Problem. Gerade irgendwie ein paar Huckler. Jetzt gehts wieder. Kein Problem. 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 Wow, nice! Wow, nice! Und wo kommt denn die Verstärkung? Ich sehe nach keinen. Udo, das ist ein Sniper, okay. Bestätige, Feuer! Ich schieße! Abmarsch bereit! Eröffne das Feuer! Bestätigte Abschuss! Ich habe keine Munition mehr. Du musst doch mal sterben, das gibt's doch nicht. Oh, 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 oh. Das ist ein Sniper. 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 Feier bestätigt! Das ist ein Sniper. Das ist ein Sniper. Dann packen die Moscheln. Auf wen oder was schießen die denn? Auf dort oben? Ach... Aber eine Pfeil ist damit zu sein! Nach dem Anlauf! Hinter dem Anlauf nehmen wir ein Snipergewehr! Uh! Ach doch! Muni hat er. Ok! Mach das Tor auf, WRECKER! Was hat der hier? Ah, die scheiß Schrotflinte. Nee. Oder? Nee, doch war die Schrotflinte. Ja, ich bin doch schon dabei. Stresst mich mal nicht so, Jungens. Okay, los, los, los! Hey man, lass mich fragen, was machst du da? Sabotage? Noch mal! Komm schon, komm schon! Was machst du denn, was tust du da? Na, kommt sie! Los, fahr! Fahr! Nicht wahr! What? Ooh Fuck Fuck Oh ich bin ich noch um Gottes Willen nein ich pecke auch noch wach auf verdammt jetzt lass die scheiße komm schon was zum Henker was nein 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 nein